Der Chaos-Trupp präsentiert Mein einzig geliebter Ernst. Aber du würdest doch jetzt nicht behaupten, dass du mich nicht lieben könntest, weil mein Name nicht Ernst wäre, oder? Aber dein Name ist Ernst. Das ist sehr sonderbar. Dieser Mr. Bumbury leidet offenbar unter einer seltsam schlechten Gesundheit. Ja, der arme Bumbury ist furchtbar gebrechlich. Also, Altenon, ich muss schon sagen, dieser Mr. Bumbury sollte sich endlich entscheiden, ob er leben oder sterben will. Diese Unentschlossenheit in der Frage ist einfach lächerlich. Ein was? Was ist denn jetzt schon wieder ein Bumburyst? Die Bedeutung dieses unvergleichlichen Ausdrucks werde ich dir augenblicklich verraten. Bumbury. Die Bedeutung, ernst zu sein. 11. und 12. Januar, 19.30 Uhr, in der Studiobühne Bochum. Mr. Moncrief, war das so in Ordnung, Sir? Ja, Lane. Sie können den Trailer jetzt beenden. Vielen Dank, Sir. fun. Vielen Dank, Sir.